Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wer hätte das gedacht? Das ist doch tatsächlich Schnee. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht... Ja, schauen wir mal. Ja, tatsächlich, hier ist noch Schnee. Wer hätte das gedacht? Na, die Sonne ist schon mächtig. Das ist wahrscheinlich der letzte Gletscher. Der letzte Gletscher von der Rax. Gut, wollte ich kurz zeigen. Sehr kurios, sehr kurios. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann den Schneeberg. Machen wir gleich hier einen Schwenk. Ja, die Maulwürfe sind hier wahrscheinlich glücklich. Und hier drüben haben wir das Schneebergmassiv, genau von der Seite. Ich glaube, ist das Kloster Wappen oder wie das heißt. Da ist diese Relaisstation vom Militär, glaube ich. Da war ich auch oben. Da sehe ich auch zwei Menschen oben. Ja, witzig. Ja, das ist der Schneeberg. Ja, da werden wir auch einmal rüber gehen. Also, mit dem Salamander rauf fahren. Und ich schaue nochmal, wo diese... Sieht man von hier die Elisabeth-Kapelle? Die sieht man wahrscheinlich von der Seite eher weniger. Na, doch, man sieht sie. Da muss ich nur schauen. Ja, sehr, sehr toll, sehr spannend. Sehr aufreichend. Wunderschönes Wetter, alles sehr traumhaft. Und jetzt geht's weiter. In Richtung Ottohaus. In Richtung Ottohaus. In Richtung Ottohaus. Woanders. In Richtung Otto Haus. Ja. In Richtung Ottohaus. In Richtung Ottohaus. In Richtung Otto Haus.